Wir spielen gern mit Feuer, warum, wenn die Flamme uns stets verbrennt? Sag, warum greifen wir tief hinein, wenn jeder doch die Schmerzen schon kennt? Und warum sind unsere Straßen denn nicht heller? Muss denn erst etwas passieren? Wie lang soll's so noch weitergehen, bis wir all das endlich kapieren? Bist du gern frei oder lieber eingesperrt? Frag ich dich, hab den Mut, Baby, spar dir die Antwort, denn Taten sprechen für sich. Sag, warum sollen wir uns bemühen, wenn es auch ohne Kraft aufwand geht? Warum geben wir nach, obwohl man uns mal wieder missversteht? Warum neue Wege gehen, wenn der alte Weg und sich auch unvertraut scheint? Frag ich dich, hab den Mut, Baby, spar dir die Antwort, denn Taten sprechen für sich. Was braucht es noch, dass wir aus dem Schlaf erwachen, was braucht es, um einmal glücklich zu sein? Es ist an der Zeit, etwas anders zu machen, wann respektieren wir die Welt? Sag mir was, 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 sag warum du mir den Beziehungsstest Tag aus, Tag ein? Warum wollen wir lieber durch die Hölle gehen, als auch allein zu sein? Warum streben wir nach Führung, wenn niemand führt? Warum wächst man erst in der Not, wie man einander traut, macht uns das weise? Warum, sag warum, mischt sich zerstört und uns das nicht mal berührt? Bist du gern frei für die Liebe eingerspart? Frag ich dich, hab den Mut, Baby, spar dir die Antwort, denn Taten sprechen für Sein. Bist du verfreit oder lieber versperrt? Frag ich dich, hab den Mut, Baby, spar dir die Antwort, denn Taten sprechen für Sein, Taten sprechen, denn Taten sprechen für Sein.